Liebe OK Kids, wir sehen uns ja alle zusammen nochmal auf so einer großen Veranstaltung dieses Jahr. Ich würde gerne von euch wissen, denn wieviel Platz Revolverheld bei dieser Veranstaltung belegen wird? Was ist denn das? Darf man das sagen? Ja, sonst wisst ihr doch nicht, was gemeint ist. Die wissen das schon. Den Bundesvision Song Contest. Ist das immer so kompliziert mit dir? Boah, das ist schwer. Also ich würde sagen, es gibt bestimmt Menschen auf dieser Welt, die Revolverheld hören. Ja, ich glaube auch. Ich habe auch sowas mitbekommen von ganz 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 vielen Klicks auf ein Video. Und wenn die alle anrufen, dann werden die Erster. Also ich glaube, dass Revolverheld... Fünfter werden die. Ja, wie gesagt, wenn sie die Leute mobilisieren, ich bin ein Erster und ansonsten Letzter.